ich habe hier noch ein redstone tube frame ach so ja brauche ich nicht aber aber danke okay los energie warte ich mach mal kurz ein foto davon dem ich ausblende so drück wieder einblende vielleicht von hier noch energie ist da ist ein creeper genau vor egal da jetzt fährt es hier baby ja jetzt fährt es nicht weiter irgendwie bestimmt weil der creeper davor hockt oder ist das egal ich weiß das entzütet immer oder bestimmt weil ich irgendwo noch ein frame drin hab das kann auch sein ja aber dann transportiert das ding davon nicht ab weisse aber warte mal ich bin block breaker und der steht auch falsch rum wie der steht auch falsch rum hier steht ein block breaker falsch rum ach so da unten okay alles klar okay gleich einiges war irgendwie leckt das gerade total bei mir ja bei mir auch hat kaum nerven ja ist das ist das dicke ding hier das stimmt hier fehlt auch einer wo ich stehe block breaker ja ich glaube ich stehe unter dir ne boah hier ist gerade ein creeper hinter mir runtergefallen wo denn kann der meint wasser hier ausmachen voll ätzend so danke bitte ma ey es leckt gerade ja aber sowas von hilfe ach du ach du ja ich war das glaube ich aus versehen mit der faust aber nur weil hinten kommt gerade ein zombie und ich möchte hier irgendwo nur einen block platz dass jeder mich hier stehen kann wow ich brenne ich brenne ich brenne ich brenne ich brenne ich brenne ist hier irgendwo wasser ich mach schon eiko ich stehe jetzt gerade davor bei dem stimmert erst haben wir hier regeneriert boah wie hardcore es ruckelt gerade hat einer wasser hä wie wird klopfst du denn alles weg jetzt hat einer wasser oh boah irgendwie gehen die die block breaker die ganze zeit bei mir weg sobald du neun setzt sind die anderen gehen die anderen wieder weg ok wie ich da fast rein und wie ich da voll reingefallen ich bleib mal kurz in der ecke immer noch ne ne alter aber ich glaube ich sag mal das war mehr performance brauchen für den block breaker brauchen wir auch zombie oh yeah super zombie oh creeper ne ne ist ganz geblieben hab du den getötet ne ich pushe den gerade zu dir ich hab nix zum töten ich versuch dir mal in die lava pass auf nicht vorne hin laufen ja ja warte das ist eigentlich ein loch in der lava so ah ok ok der war gut ist der jetzt fertig können wir starten können wir den server noch weiter zum lenken bringen sollten wir eigentlich sollte eigentlich gehen ja macht geht aber nicht wie die geht nicht ne fährt auch nicht aber wieso ja wahrscheinlich ist ja hier oben ist doch noch eins irgendwo hier hinter muss es ja sein komm wenn ich die jetzt wegschlag dann müsst ihr eigentlich vorfahren oh aber warte mal ich glaub er da ist irgendwo ein support frame anstatt ein redsund nein jetzt fährt es oh der läuft aua aua ich bin davor ich muss hier weg ja da ist irgendwas Diggins drinnen dann machen wir die ab mal ganz kurz aus und dann versuchen wir erstmal nach dem frame oh wie er alle die ganze Zeit nur auf dem Boden klatschen hört ne lass den doch an dann weiß man genau in dem Moment wo du den block los schlägst fährt er weiter ok dann weiß man müsste man eigentlich wissen dass es der ist müsste weiter oben sein also wer gleich bestimmt zerquetscht wenn ich hier das oh ok von denen ist es keiner die Ebene auch nicht aber austauschen kannst du ja trotzdem nicht oder doch klar ja ich mein dann wenn du den block wegmachst fährt er dann nach vorne oh oh zombie heiko ja der fährt nach vorne aber wenn wir jetzt gleich den block hier wegschlagen dann wissen wir zumindest dass es die ist und dann können wir die auch austauschen ah ok ist nur noch ein block ne kann das sein ja ne aber hinter dem wo jetzt der einzige block ist ist ein redzone tube frame komisch oh fuck ich komme nicht raus da jetzt bin ich da oh yeah oh yeah oder fehlt hier irgendwo ein cover an der seite vielleicht hab ich mir auch gut überlegt ja oder so oder wat wat jetzt also cover sind überall dran oben und oben an rechts und links ist der jetzt weiter gefahren? ne oder ist hier oben noch irgendwas aber hier ist dieser mein gott ey mit diesem scheiß jetpack ne haha wir brauchen dann vollgoods ja ganz dringend ich hab noch ein paar wenn ihr das haben wollt ja boah diese zombie geräusche warum fährt das ding denn nicht boah jetzt los da bin ich ja schneller mit meinem stäbchen davor boah ja noch ja noch heiko kontrolliert alle blöcke alle ne ne ich hab ne ich hab jetzt muss man gleich von euch irgendjemand nach meinen sachen gucken weil ich glaube ich bin auf dem gerät gestorben auf dem gerät? ja also hier oben liegt schon mal nix vielleicht davor da bin ich gerade hingelaufen deine spitzhacke hätte ich ja jetpack wär besser laufen wir hier in die ecke rein da unten in das loch und da oben drüber boah boah ich glaub da war wat ma dieser kack zombie hier alter geht der mir hart auf die nüsse man hier heiko ich hab noch einen schwamm ach ich hab noch einen schwamm ne irgendwie ja die ich glaub das liegt alles ganz oben drauf meine sachen kann das sein ganz oben drauf ja da liegt nix ah doch hier oben vor dem ding ey weißt du warum das ding nicht fährt? warum? weil die ender chest nicht angeschlossen ist oh ja oh dann Tad stell dich mal davor oh so behindert kann man doch gar nicht sein mein gott ey Alter bin ich hier drin jetzt Hilfe warte ich muss die eben ganz kurz ausmachen sonst ja mach den aus weil hier sind noch Tad seine sachen überall ja ich ja die saugt der aber ein aber ich häng jetzt in der maschine ah ok ich bin draußen saugt der dich auch ein nehm ich nicht hier ist dein jetpack zu behindert ey links links neben der maschine so und jetzt soll der fahren jetzt müssen wir nur die cover wieder dran machen hier ne ja und die ganzen blöcke und alles ey oh oh er nimmt die super schaufel hier mit anders eh ne andere ok achso der konnte die sachen nicht abtransportieren ja ja genau der musste erst die sachen abtransportieren können sonst funktioniert das ding nicht ah oh du kackfledermaus ne ich will gleich sowas von aggro hier hau ab meine maschine du kackfledermaus ey was bist ich oh ich kann dir noch deine schaufel geben achso ja ja cool und dat hab ich noch und dat hab ich noch so was soll denn hier noch gemacht werden sollen hier hinten ein cover dran an sich brauchen wir den glaube ich nicht ne brauchen wir auch nicht da kommt nix hin die können wir lassen ok vielleicht so hier dann ist es zu sieht sexy aus oh es sind da zwei drauf so mal diese kackfledermaus hier wieder oh ok dann äh ole ole los go da wo kann ich die sachen einsammeln die da rauskommen nirgendwo die kommen in dem äh lagersystem daheim an dem in dem me system ah guck und jetzt frisst sich das ding hier durch du oh geil geil ne das ist doch ne gute idee oder lol siehste dat wollte ich die ganze zeit bauen meinst du wie weit wir schon wären wenn dat ding mal priorisiert gebaut hätten das hat irgendwas explodiert ne stimmt nicht wie sie das ganze ding immer als ausblende bevor er weiterfährt boah das kann ich ja hardcore zaubern ne jetzt haben wir genug sachen jetzt können wir hart für alles machen da haben wir ok ach guck mal wie geil die ganzen klötze wie die da drin wandern ja deswegen ist das auch so lastig also deswegen leckt das so aber geht ich abruf die fps gerade ja jetzt habe ich auch aber vorher als die sachen nicht abtransportiert werden konnten da war irgendwie bei mir ach so ok wo kommen die denn an an den normalen ender chest hier oben am server system direkt oder jo die werden direkt in das server system reingepackt ah ok so jetzt haben wir nochmal eben 3 level ja weil dann kann ich gleich mal eben den nächsten stab verzaubern in hoffnung dass der charge oder sowas rauskommt ja hoffentlich das wäre sehr nice boah endlich ey endlich haben wir das geschafft und wie gesagt wenn ihr genug level habt dann könnte ich für euch auch so einen stab bauen und dann verzaubert ihr den ja also ist ja geil boah du bei cobble so cobble stone ey wie das hoch geht item store 12.600 12.680 12.700 na hier ist noch lauter zeug bitte wo ja hier äh lapis da sind noch rubine achso ja da oben gut level 28 warte genau rubine neu über uns ist ganz wie kohle uuuh sag ich direkt mal machen da die sachen aussortiert werden ey die cobble stones ja genau die gehen auf so eine leitung wo die direkt in den äh in ein lavabecken fallen ne genau das wäre perfekt das stimmt oder in so ein recycler oder so mach nur anderthalb level fahr los bohrer fahr los sehr gut huuuuuh oh skype weg aber nur bei ted? ja nur bei ted ja, hab ich wieder irgendwas kaputt gemacht kann das ding nicht noch fackeln setzen oder so? müsste man mit turtle machen also eine turtle dafür programmieren aber an sich ist das können wir das eigentlich machen aber dann bauen wir die ganze zeit fackeln aber ja an sich müsste das gehen also da eine turtle hinterher fährt ja die turtle ist dann praktisch da drauf und setzt halt sag ich mal alle zehn sind zehn blöcke alle zwanzig blöcke eine fackel an die seite achso cool ah da ist er wieder hi komisch weil der server lief weiter nur skype weg oder hatte ich hier ein disconnect ne ne du warst immer da ich musste auch nicht reconnecten das ist sehr merkwürdig sehr po pergwürdig ach mal hätte ich jetzt oh hätte ich jetzt was zum kämpfen da wäre cooler peter sollen wir beim mega projekt nicht für den tunnelbohrer zusammenschmeißen dann haben wir auch dick ressourcen ich glaube da gibt es den gar nicht oder ne ich glaube auch nicht achja stimmt ist ja leid zum glück ich glaube ultimator das wäre glaube ich hardcore würde jeder so ein ding da rumfahren haben ja die richtung hört aber mir nein mir gehört die richtung boah verfickte spinne und zombie hier ey ich brauch doch nur noch einen halben level warte ich komm mal hoch wo komm ich hier hoch was denn in den drecks alarm hier peter in der mitte bei dir bist du massμο bist du bist du